Musik 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 Heute war der Nachtschilauftag, der wöchentlich stattfindet am Mittwochabend mit einer Night-Skishow der Skischule Sölden-Hochsölden. Musik Ja, die Skischule Sölden-Hochsölden mit den Bergbahnen Sölden präsentieren wirklich eine Show, sportliche Fahrten vom Telemark über Snowboard bis zum alpinen Skilauf, verschiedene Formationen, spektakuläre Fahrten und auch musikalisch wird das umraubt von einem DJ mit Moderation. Musik 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 Ich trage die Skischule Sölden, die Skilehrer der Skischule Sölden oder die Schneesportlehrer der Skischule Sölden, die Bergbahnen und einige Freiwillige, die uns da tatkräftig unterstützen. Musik Und da möchte ich mich recht herzlich bei allen bedanken, die da wöchentlich sich die Zeit nehmen, da dabei zu sein und wirklich eine super Show oder einen super Abend da gestalten. Musik Ja, es dient einfach, die Gäste zu unterhalten, dass nicht nur die Gäste Nachtschill aufmachen können, was ja auch sensationell in Sölden ist. Mit den Höhmetern von der Mittelstation bis ins Tal gibt es eben um 20 Uhr diese Show. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020